Ja sicher, die Herren. Einer nach dem anderen, bitte. Ich wollte gar nicht speichern. Ich gehe noch ein bisschen in die Richtung und dann gehe ich in eine andere. Oh, ich dachte schon. Da wäre ich jetzt noch eine Schluchtfall. Das wäre schön. Dann darf ich wieder meine Videos angucken. Das ist eine Hexe. Wie meiden wir diesmal? Au! Die Spinne ist direkt neben mir gespawnt. Das war gemein. Die ist zum Vor. Das war knapp. Hier sind Pferde. Soll ich jetzt in eine Höhle gehen? Jetzt will ich aber auch nicht mehr. Was ist denn das für ein Blümchen? Echtes Leinenkraut. Erstmal ein Burger. Burger. Meine lieben Burgerinnen und Burger. Ja. So. Erstmal eine Waffel. Oh. Der Leder-August. Hallo. Hallo. Noch ein Peter. Was ist das? Drei blütriger Nelkenwurz. Flussschilfrohr? Brauche ich alles nicht. Wir suchen mal wieder zurück zu kommen. Wenn ich wir sage, meine ich mich. Hallo. Karotten habe ich, glaube ich, zu Hause. Oder, Biedl? Hä? Sag mal ja. Ja. Gut. Ach, ist doch gut, wenn man einen dabei hat, der immer aufpasst. Ja, sicher. Ich, äh... Um was geht's? Ich muss zu 2272. 2-2-7-2. Klingt wie eine Telefonnummer, ne? Ja. Was lasse ich denn jetzt hier? Ein paar Knochen kann ich entbehren. Ich sagte, ein paar Knochen kann ich entbehren. So. Ich wollte mich noch den Bodengarten mitnehmen. Okay, da muss ich mir in die Richtung. Das kriege ich hin. Ich hab ja gar nicht so weit gelaufen. Schön Bogen geschlagen. Vielleicht sollte ich mal offline versuchen, die erste Welt zurückzukommen. Sind mehr als 10.000 Felder weg. Ja, gut. Was haben wir hier? Walderdbeeren. Oh, mitnehmen. Walderdbeeren. Nichts geht über Beeren. Wald. Beerenwald, esse ich bald. Ja, ja. Was nimmst du denn eigentlich? Man isst, was man isst. Aber zu essen. Ja, Biedel hat immer Tomaten auf den Augen. Nein. Die hab ich nur um Kompost. So als Pizza hast du immer Tomaten auf den Augen. Ja, 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 klar. Ich hab das Pizza auf den Augen. Hä? Jetzt gerade vielleicht ja, weil du wieder Hunger hast. Ich könnte schon wieder ein paar Waffeln vertragen. Biedel hat muss ich essen. Komm, wir nehmen noch mal ein paar Burger. Burger gefällig. Hab ich gerade hier. Hä? Mehr nicht? Äh. Gut, dann packen wir ihn halt wieder ein. So. Ich könnte es ruhig so noch ein bisschen mehr hier einpacken. Jetzt muss ich zu Hause alles ausladen. Äh, ich werde mal noch versuchen nach Hause zu kommen. Die Aufnahme dann beenden. Bäh. Wenn ich noch nach Hause komme. Jetzt fängt es wieder an zu lecken. Es muss Dschungel sein. Dumm 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 dumm. Dumm 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 dumm. Nehme ich alles mit. Genau, quer durch den Gemüsegarten. Da ist wieder dieses Eisen... Raseneisenerz, nee, Eisenkies. Das Rasen kann man ja auch Eisenerz machen. Also aus Raseneisen. Was? Was? Ob das in Minecraft geht, weiß ich nicht. Das glaube ich eher nicht. Aber es gibt sogenannten Raseneisensteinen. Daraus kann man tatsächlich Eisen machen. Ist zwar nicht so hochwertig wie normales Eisen aus dem Berg. Aber es geht. Was ist das? Kastanien. Habe ich schon Kastanien? Ich glaube nicht. Kastanien packen wir mal ein. Kann man da nicht was zu essen draus machen? Lecker, Kastanien. Da kannst du Kotelett mit Maroden machen. Nee, warte, ich glaube die hatte ich doch schon. Egal. Die Frucht kam mir bekannt vor. Apropos Frucht. Achso. Was ist denn los mit dieser Hochschule? Meine Güte. Wie, kriegst du schon wieder frei? Nein, E-Mails. Achso. Dam, 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 dam. Da qualen die E-Mails. Dann stelle es auf Spam. Bis da irgendwann steht, morgen Klausur. Toll. Das wäre richtig klasse. Ja, denke ich auch gerade. Zwischen zwei Gewinnspielen steht dann morgen Klausur. Na, hier ist wenigstens kein Dschungel. Hier komme ich schneller durch. Das war ja mal ein Trip. Gestorben, wiedergefunden. Oh, hier habe ich Schnee. Ich habe keine Schaufel. Hier habe ich Schnee. Geiler Stoff. Aber wo ist die Schaufel? Ich glaube, ich mache mir schnell zwei Holzschaufeln. Schnee können wir machen, brauchen, um Holz... Äh, ja, Holz. Können wir machen, brauchen. Also, wir brauchen Schnee, damit wir schöne Sachen... Wir, also ich. Schnee. Brauchen wir... Lass mich ausreden. Um Smoothies zu machen. Oder ein lecker Eis zu machen. Ah, toll. So. Denn Schaufeln sind für alle da. Ne, Schnee. Das bringe ich noch durcheinander. Da sind Akkazien. Ich schaufle mich mal ein bisschen hier durch. Dann haben wir hier ein bisschen Schnee ein. Da können wir ein paar Smoothies zu Hause machen. Ah, oder so ein schönes Bananenspliteis. Ich habe nur noch keine Bananen. Die Kazi muss ich eigentlich auch einpacken. Und da, und da. Sind schon alle weg. Die sind schon alle weg. Ja, es ist Tag gerade. Darfst nachher wieder anfangen. Ich sage dann, und bitte, und dann musst du. Und dann. Ja. Jetzt sammle ich erst mal Eis und Schnee. Also nur Schnee. Das Eis kann man, glaube ich, nur mit Behutsamkeit sammeln. So. So. Ist das eine Akazie? Ja. Akazie. Was ist denn das da? Nichts. Ist interessant. Kannst du mit deinem Burger vertragen. Was brummst du denn? Das ist ein Traktor. Biedl hört sich manchmal an wie ein Traktor. Das ist ganz normal. Ja. Das macht er immer, wenn der Hunger auf Pizza hat. Ja. Das mache ich immer. Hauptsache, du fängst ja an zu hupen. Ja. Das mache ich immer nöt, nöt. Das mache ich dann. Alles klar. Du hast einen an der Waffe. So, dass es nicht normal ist. Nee, die habe ich schon fast dann aufgegessen. Jetzt habe ich nur noch Burger. So, jetzt muss ich nur noch warten, bis die Akazien fallen. Du musst warten, bis die Akazien fallen. Ja, das hängt von Fall zu Fall ab. Ja. Meistens im Herbst. In Labertasche. Das muss so sein. So, lass mich mal gucken. Ich will aber nicht. Ich will keine Akazien fallen. Vielleicht gibt es hier noch. Ah, da drüben ist auch noch eine. Dumm, di dumm. Da, da, da. Nö. Nö. Keine. Nö. Nö. Hallo? So. Da, wo? Jetzt wird ja schon wieder dunkel. Ich spüre es doch. Im Nacken. Hallo? Ja, jetzt. Hä? Was war das denn? So, dann gucke ich da hinten nochmal nach. Ich müsste doch irgendwo Früchte runterfallen. Setzlinge. Das ist ja entsetzlich. Ja, ich brauche die Dinger. Das schöne Holz. Ich weiß zwar nicht, ob ich das schon habe, aber... Haben. Ich glaube, Birk habe ich auch noch nicht. Hm. Ach komm, jetzt fall runter. Ja. Nicht ich. Das ist Laub. Toll. Und gleich ist es wieder dunkel. Ich gucke da hinten nochmal. Lauf! Keine einzige. Doch, eine. Reicht mir. Tschüss. Jetzt wird sich der Duster. Jetzt muss ich aufpassen. Wünscht mir Glück. Ja. Da ist ein Dorf. Ein Dorf. Das ist das Dorf. Nee. Ach, das ist der japanische Tempel, den ich schon mal hatte. Wo ich mein Schwert gefunden habe. Wie hieß das, Beedle? Amino Makuru Tia Tsurugi oder sowas. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Schwabbelababbeler. Genau. Hast du schon mal überlegt, Dolmetscher oder sowas zu werden? Ich finde da stecken. Wie? Ach, du warst schon. Ja. Für Ignis oder was? Ja. Mach ich gerne. Ich verstehe ja so die Sprachen, ne? Ja. Ja, wenn ich dich verstehe. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. So, den Schnee tüte ich erstmal ein. Das hört sich komisch an. So. Wer hätte gedacht, dass hier in der Nähe Schnee zu finden ist? So. Jetzt müsste ich doch aber auch... Au. Bald zu Hause sein. Spinni, ich habe nie mal ein Schwert dabei. Ich darf wieder einen Backpack-Attack machen. Lala. Lala. Hm. Einmal durchs Kakteenfeld. Kann ich so jedem schwer empfehlen. Ist besonders gut für die Beinmuskulatur. Äh. Seh nichts. Äh. Noch mehr Creeper. Äh. 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 Trööööööp. Rums. Geil. Okay. Ich habe überlebt. Ich bin der König der Welt, ich habe überlebt. Da steht ein Skelett als Kaktus verkleidet, sehr schön. Ein Skelett als Kaktus verkleidet, leider macht das nur Angst. Ja, war genauso schlank. Also der Kaktus. Da leuchtet was. Ob da ein Spawner ist? Nein, es ist ein Zombie. Dann Spawnern hast du es, ne? Ach, auch noch ein Goldener Dorfbewohner-Zombie. Wenn man gleich umwandelt, hat er denn nur Rüstungen? Das wäre eine gute Frage. Er kann es mir leider nicht mehr sagen. Er ist unter bedauerlichen Umständen, ja, umgefallen. Klar. Passiert. Ja. Da rennst du einmal so gegen und, pfft, tot. Hm. Jetzt kommen die besten Familien vor. Ja. Die irgendwo gegen rennen und, pfft, tot. Hm. Du, Lara, so ein Boss, wie das ist, ist das unglaublich. Wo bist du denn ausgebrochen? Oh, 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 keine Ahnung. Warte mal, ich habe hier ein... Oh. Oh. Na, bist du, hast du. Hast du. Ah, ist du. Äh, tot. Klinglingleun. Level up. Ja, du hast heute die einmalige Gelegenheit, mit mir hier beizuwohnen. Mit uns sozusagen. Ja, ja. Da lasse ich mich nicht lumpen. Ich sehe zwar nichts, aber... Das Hören reicht dir bestimmt schon. Das Hören reicht völlig. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Bitte. Gerne. Bist du oft genug dabei? Stell es dich nicht besser an. Warte mal, ich habe noch Besuch. Zombie. Ja, manchmal kommen hier so eine grünhäutigen rein. Manchmal kommen... Ja, ich kenne mich. Ja. Schon mal persönlich gesehen? Ich glaube, ich mache gerade die meisten kaputt. Boah, was machen die denn? Nein. Hast du sie gehört? Ja, die haben dich gegrüßt. Ja, ja. So hat man mich früher in der Schule auch mal gegrüßt. Weißt du? Ja. So. Klar. Ah, ich kann es sehen. Mein Heim. Mein geliebtes. Ich glaube, ich hätte es lieber noch ein paar mehr Kack... 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 Kommen die nur noch mal weg. Dann passt da auch noch einer hin. So. Muss reichen. Den Rest nehmen wir mit. So. Jetzt steht der Creeper noch auf dem... Neta-Portal. Das ist ja schön. Vielleicht sollte ich noch den Tag abwarten. Dumm, 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 dumm. Da ist eine Hexe. Die könnte ich eigentlich noch verhauen. Bei der letzten Misch zwar gestorben, aber... Attacke! Also geht doch. Oh, le Schraubnell. Dumm, 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 dumm. Oh, die hat Closedone gehabt. Äh, passt nichts mehr in die Tasche. Habe ich jetzt gerade den Rucksack weggeschmissen? So. Ich habe meinen Glühstaub. Die Vieh. Hm. Was wäre... Natürlich, Mr. Creeper, man hat mich gesehen. Sehr schön. Na toll. Oh, ein... 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 Hühnerreiter. Hat sich das Skelett gerade selbst erschossen? Wie ging das denn? Ich glaube, das Huhn hat zurück angegriffen. Was ist denn das da? Ein Baumstamm. So, jetzt warte ich eigentlich nur den Tag ab. Gut. Ist eh gleich Tag. Ja. Ich glaube, ich mache jetzt mal ein Päuschen. Ich habe hier schon viel zu viel gelabert für drei Tage. Mhm. Biel war auch schon ganz erzückt. Ja, ich bin... Ich war richtig entzückt. Ja, ne? Komm, ich bin jetzt mal die Aufnahme und dann... Oh, nee, da ist noch ein... Zombie. So. Jetzt aber. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich suche immer ein bisschen ein... Ja, tschüß. Ich höre es auch mal. Tschüss, ne? Mhm. Mhm. Boah. Oh. 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 Oh.